Hallo, toll sieht's dir aus, oder? Danke, danke, hallo, grüß euch. Ja, man hat mir gesagt, vor allen Dingen der Kai sagte, also Stefanie, zieh dir ein Röckchen an, damit die Leute merken, dass du ein Mädchen bist, also hier ist es. Stefanie, du hattest jede Menge Gaststars in deiner Sendung, wer war dir denn der Liebste? Och, ich war bei jedem Interview nervös, ich habe mich auf jeden Star gefreut, aber der Liebste war es mir eigentlich du, weil ich dachte, du bist der Allerwichtigste, du musst ja nun mal eine Sendung weitermachen, ne? Dankeschön, Stefanie Tücking. Ja, immerhin, ne? Eigentlich, eigentlich wollte er ja vorhin noch wissen, also in den ganzen Proben hat er mich jetzt noch gefragt, ob ich einen Freund habe, das hat er freundlicherweise weggelassen. Wow, ich krieg ne Rose, Clark, das ist Clark von Johnny Hates Jazz. Thank you very much. Thank you. What's that? Right, this is what we are giving away. These are my collection of disgusting ties, really horrible. And this is a fabulous Turn Back The Clock Clock, which is a clock that goes backwards, brilliant. Also die ganz tolle Idee, eine Uhr die rückwärts geht, Turn Back The Clock, und eine Sammlung seiner scheußlichsten Krawatten, er trägt nämlich gar keine, und die wenigen, die er hat, hat er uns gegeben. Nach den großen Erfolgen von Johnny Hates Jazz wie Shattered Dreams, oder I Don't Wanna Be A Hero, oder Turn Back The Clock, jetzt das allerneuste Lied und mein Lieblingslied auf der LP. Hier sind Johnny Hates Jazz und Heart of Gold. Hier sind meine rückwärts geht, und die Schnaps in die Schraub vor. Hier sind Schröten. Hier sind die Schraub vor! Schraub vor! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018